So Leute, jetzt guck mal, wir haben zu. Es kann passieren, was Will, ne? Der Klavierspieler ist total cool. Ja, das ist gut. Das ist ein Gelaußmann. Ja, genau. Ja, genau. Ja, hallo zusammen, da sind wir wieder. Kommenden Dienstag um 19.30 Uhr machen wir endlich wieder ein Event-Stream, der erste in 2021. Mensch, ich freu mich riesig. Endlich habe ich da wieder Zeit für. In den letzten Wochen und Monaten, ist euch sicherlich aufgefallen, hatte ich sehr viel zu tun. Dementsprechend mit den Kommentaren müsst ihr entschuldigen. Das wird bestimmt wieder besser werden, da bin ich ganz sicher. Aber auf jeden Fall freue ich mich jetzt, dass wir nächste Woche Dienstag einen Event-Stream machen können. Wir haben wieder Spaß, wir machen Party, wie wir es eigentlich immer machen in den Streams. Und ich möchte euch an dieser Stelle auch ganz herzlich einladen, wenn du mitmachen willst. Es ist natürlich noch Platz frei, ob wir 8 Leute werden, ob wir 12 Leute werden, ob wir 16 sogar werden. Ist ganz egal, wir spielen GTA Online, haben unseren Spaß dabei und ich denke, diejenigen, die teilnehmen, hatten auch immer viel Spaß in den Event-Streams. Und was natürlich als kleinen Schmankerl oben drauf kommt, wir haben auch wieder ein Gewinnspiel, wie das bei den Event-Streams immer so ist. Es gibt ein Gewinnerpaket, Ausrufezeichen, den Namen überlegen wir uns im Stream noch. Das werden wir auf jeden Fall machen und das werden wir dann auch wieder rausgehauen und verlost. Und ich denke, die Moderatoren werden noch genug Millionen auf der Kante haben, dass jeder für eine Million Coins an dem Gewinnspiel teilnehmen kann. Sogar der Lauri hat vielleicht an der Stelle mal wieder Glück. Sei es gegrüßt. Also ich grüße alle Leute da draußen. Ihr wisst, wen ich meine. Ihr seid alle cool, coole Gemeinschaft hier. Es macht immer riesig Spaß. Und wer weiß, vielleicht kriegen wir wieder 20, 30 Leute im Stream zusammen. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon. Wir sehen uns, wenn ihr mögt, nächste Woche Dienstag, 19.30 Uhr. Mensch, das habe ich jetzt aber schnell runtergegangen. Aber ich wollte unter zwei Minuten bleiben. Bis dann. Tschüss.